Guten Morgen auch von mir. Das ist unser neues Portal, das wir zur Verfügung haben, wie es David schon gesagt hat, seit Oktober für IMO Top 2 und IMO F5 Kunden. Das Portal ist ein Webportal, wo Sie zum Beispiel Ihre Webseite einbinden können und Ihren eigenen Mitarbeitern ein Login generieren können. Sie können sich darüber einloggen. Das Portal können Sie auch selber branden, das heisst, das wäre natürlich Ihr Kundenportal. Dort ist Ihr Logo, Ihre Farbe und so weiter. Das können Sie selber steuern. Ich gehe jetzt mal hier hinein und wähle dort die Sicht Eigentümer an. Dann sehen wir mal, wie das Portal daherkommt. Ich schaue das jetzt aus Sicht Eigentümer Baumgartner an. Ich bin leider kein Eigentümer, aber ich habe noch die vier Liegenschaften zum Verwalten. Die Daten, die hier schon angezeigt werden, kommen automatisch aus dem RIMO und aus dem IMO Top 2, werden hier oben angezeigt. Es spielt auch keine Rolle, wo Sie das RIMO oder das IMO Top 2 betreiben, ob das auf Ihrem Server ist, auf Ihrer Cloud, auf unserer Cloud. Das spielt keine Rolle. Wir stellen die Technologie zur Verfügung. Ich gehe jetzt mal hinein in die Rüthistrasse. Wir schauen jetzt einfach mal anhand von diesem Beispiel an, wie das aussieht. Und ich werde eigentlich begrüsst von unserem Dashboard. Hier habe ich die wichtigsten Kennzahlen über die Liegenschaft. Gerade mal auf einen Blick. Das ist natürlich für mich als Eigentümergebung. Ich sehe noch mal die neuesten Dokumente. Ich sehe, wo die Liegenschaft liegt. Also ja, ich hoffe, ich weiss das. Aber ich könnte auch gleich her navigieren. Ich habe zum Beispiel die grössten Mietverträge. Und ich habe auch verschiedene Themen zum Leerstand und zu den Nutzungsarten. Wenn ich jetzt da zum Beispiel beim Leerstand, das sind auch schon Kundenwünsche, die wir umgesetzt haben, wo ich eine Prognose anschauen kann. Und da sehe ich auch, ich habe jetzt keinen Knick mehr drin, da sehe ich auch andere Daten. Wenn ich jetzt in der Zukunft etwas wieder vermietet hätte, würde das hier angezeigt werden. Und der Leerstand fällt natürlich ab und die Daten holt es aus dem RIMO. Weil es kann ja gut sein, dass ihr jetzt einen Leerstand im Mai habt. Aber ab Juni habt ihr etwas schon wieder vermietet und der geht ja hier runter. Und der hat auch die Eigentümer keine Sorgen. Auch hier unten nochmal zur Leerstandstour. Und Sie können auch euren Kontakt hinterlegen, als die Eigentümer weiss, wenn ich frage, wem Leute ich habe. Soviel einfach mal zum Start. Navigation ist einfach. Ihr habt oben auf dem Dashboard. Ich kann jetzt aber auf den Mieterspiegel, Finanz und Dokumente. Das ist also sehr intuitiv bedienbar. Ich gehe jetzt hier mal eines rüber. Ich klicke hier mal auf den Mieterspiegel. Und der wird auch automatisch synchronisiert aus der Software. Wir haben ihn hier stark dezimiert, zeigen wir ihn hier. Ihr kennt das aus dem Alltag, über den Mieterspiegel scheiden sich Geister. Wir haben hier jetzt einen einfachen Weg gewählt. Aber das Gute ist, ihr habt oben das kleine Wölkli. Ein Eigentümer kann dort draufklicken. Dann kommt er eine Sächse. Er kann es gleich runterladen. Und dort sind alle Spalten drin. Dort hat er alle Daten, die er möchte. Und kann sich selbst verwirklichen. Ich gehe jetzt hier mal runter. Wenn ich hier durchgehe. Hier sehen wir einfach alle Gebäude und so weiter. Ich sehe auch, wann in der Zukunft der Mieterwechsel ist. Das wird hier schön angezeigt. Ich gehe jetzt hier mal ins erste Beispiel von Sandra. Ich kann hier auch auf ihr Mietverhältnis. Und gehe auf das Objekt. Also ich habe alle Objektangaben immer live dabei. Das ist auch gut. Das haben uns die Kunden schon das Feedback gegeben. Ich nutze das auch für die eigenen Mitarbeiter. Für die Bewirtschafter, die unterwegs sind auf der Liegenschaft. Ich kann auf die Kontakte klicken. Ich habe alle Angaben auf dem Smartphone dabei. Und bin nicht mehr so blind wie vorher, wenn ich ein Papier mitnehmen muss. Ich gehe hier mal ein bisschen durch. Hier sehen wir so die üblichen Daten. Rund zum Mietverhältnis, Mietzins und so weiter. Wie sich das zusammensetzt. Also da ist wirklich alles synchronisiert. Was ihr so braucht. Was ich super finde. Ihr habt auch die Geräte und die Unterhaltshistorie hier drauf. Das bedingt natürlich, dass ihr diese Daten entweder im RIMO oder in MIMOTOP2 auch führen. Ich zeige jetzt mal, wie das aussieht. Wenn ich auf die Bauteile von diesem Objekt gehe, habe ich hier alle Bauteile, die ich drin bin. Oder die Geräte. Ich schaue das hier an. Ich schaue zum Beispiel hier unten einen Kühlschrank. Ich klicke hier mal auf den Kühlschrank. Da sehe ich alle Angaben der Hersteller. Die Lebensdauer, die Revisionen, die nächste und so weiter. Also ich habe alle Angaben hier zur Verfügung. Ich sehe sogar die Unterhalts-Einträge, die hier passiert sind. Also ich habe hier die Historie an. Ich habe hier die Tür repariert am 25.04. Das heisst, ich kann da wirklich alles anschauen. Es macht alles sehr transparent. Und ich habe die Daten verfügbar. Wenn wir jetzt zum nächsten Thema gehen. Die Finanzen ist ein grosses Thema. Oder wie ich als Eigentümer möchte, vielleicht einmal im Monat, einmal im Quartal, einmal im Jahr verschiedene Angaben zu den Finanzen. Wir haben hier die Möglichkeit, diese hier anzuzeigen lassen. Da ist immer die erste Frage. Sind die Daten hier live von der Finanzen? Wir haben das unterbunden. Theoretisch wäre es möglich. Aber ihr steuert das in der Buchhaltung des RIMO, vom IMO Top 2. Könnt ihr ein Haken setzen und sagen, ich lasse jetzt den Abschluss hier unten. Weil ich kenne es aus dem Alltag. Ihr habt noch nicht verbucht, sind noch nicht ready. Und dann wären die Zahlen hier wahrscheinlich irreführend für mich als Eigentümer. Ich kann hier auch die ganze History anschauen. Das heisst, ich kann zurück schauen. Oder bis dahin, wenn ich die Papiere verleihe, habe ich die neu angeläutet. Man muss das wieder abfragen. Jetzt kann ich hier alles anschauen. Ich habe hier jetzt mal die Erfolgsrechnung eingeblendet. Ich habe auf der rechten Seite dann auch verschiedene Kennzahlen wieder, die grafisch dargestellt sind. Ich gehe hier jetzt mal in das Konto, Klassiker oder Unterhalt der Reparaturen. Hier im Konto habe ich jede Buchung zur Verfügung, die ich wieder anschauen kann. Ich sehe hier sogar den Buchungsbeleg. Ihr könnt ja im IMO Top 2 und im IMO F5 entweder mit Drag & Drop ein Buchungsbeleg der Buchung anhängen. Oder wenn ihr mit einem DMS arbeitet, wo der Kreditworkflow automatisch ist, ist das natürlich sowieso verknüpft. Ich habe hier jetzt mal den Beispielbeleg aufgeladen, der geht im PDF-Format auf. Da kann ich als Eigentümer zu der Buchung auch die Rechnung anschauen. Ich habe hier alles verfügbar. Ich kann es runterladen, weiter verschicken und so weiter. Auch hier wieder. Sehr transparent. Kommen wir noch zum letzten Teil des Portals aus Eigentümer-Sicht. Und zwar zu den Dokumente. Ich kann hier alle Dokumente, die ich möchte, die ich im IMO Top 2 und im IMO F5 im E-Dossier ablegen, schieben und veröffentlichen. Dann wird es mir hier oben angezeigt, am richtigen Ort. Ich habe jetzt irgendein Beispiel, eine Hausordnung. Es kann aber auch eine Versicherung sein, irgendetwas, was ihr möchtet, eurem Eigentümer digital zur Verfügung stellen. Das sind ja frei in der Dokumentenwahl, was ihr hier oben anzeigen möchtet. Ich sehe, das Portal ist verfügbar für das IMO Top 2 für das IMO F5. Auch wenn ihr hier noch Fragen habt, oder das möchtet ihr einsetzen, dann könnt ihr jederzeit auf mich, oder die Verkaufsabteilung von uns zukommen. Dann können wir das miteinander anschauen. Wie gesagt, jetzt ist es bereit für die Liegenschaft des Eigentümer. Es ist bereit für sie selber, für die Bewirtschaftung, Vorstand, VR, was auch immer, die die Zahlen brauchen. Und die Zukunft von diesem Portal, von den anderen Stakeholders, die wir jetzt noch einbinden wollen, wird Ihnen jetzt noch kurz Andi Braun-Handgartner zeigen. Danke, Sami, für den spannenden Einblick. Genau. Das ist der nächste Schritt vom Portal, oder die nächste Anspruchsgruppe, die wir hier einbinden werden, nämlich die Stockwerkeigentümer. Die Basis ist schon vorhanden. Wir können Dokumente anzeigen, Finanzdaten anzeigen. Aber der Stockwerkeigentümer hat nochmals ein bisschen andere Bedürfnisse von Informationen zu einer Liegenschaft. Was Sie da sehen, ist jetzt ein Prototyp, oder Printscreens vom Prototyp, der für Smartphone designt ist. Natürlich kann man das aber auch auf einem Tablet oder auf einem Desktop-PC aufmachen, und dann wird das entsprechend auch schön breiter dargestellt. Sie sehen auf der linken Seite die Startseite, das Dashboard mit einem News-Bereich, wo Sie Ihre Eigentümer mit Neuigkeiten beliefern können. Der Eigentümer wird dann auch per Mail oder Push-Nachricht über solche News informiert. Auf dem nachfolgenden Screen sehen Sie den Versammlungsscreen, also der Eigentümer braucht ein bisschen Informationen zu einer Versammlung, Dokumente, was für Traktanten kommen dort. Er will sich auch an- oder abmelden oder eben eine Vollmacht vergeben. Beim dritten Printscreens sehen Sie die Einsicht auf Dokumente, die ist ungefähr gleich, wie wir das vorher schon gesehen haben, für einen Renditeneigentümer. Einfach natürlich mit persönlichen Dokumenten für den Stockwerke-Eigentümer und aber auch Dokumente wie ein Reglement, oder ein Budget oder eine Abrechnung, die Sie hier publizieren können. Und der letzte Screen auf der rechten Seite zeigt noch den Kontoauszug, wann ist welche Budgetrate fällig und was für Zahlungen hat der Eigentümer schon geleistet. Das Produkt ist aktiv in der Entwicklung und da ist unser Ziel, dass wir ab Juli mit einer ersten Version in der Beta-Phase starten können.